Einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight Killerline. So, ich habe an meinem Rad gedreht. Ich drehe ja gerne am Rad, das wisst ihr ja. Und das Rädchen hat mir gesagt, spiele noch mal Badewahnkopf. Also tun wir das auch. Und werden hier heillos untergehen. So, mal sehen, was wir hier alles so schönes hinkriegen. Hat sie mich nicht kommen sehen? Die andere ist nach hier hinten gerannt. Ich nehme doch das leichtere Opfer. So, das war es auch für dich. Der Weg ist hier zu Ende. Wo bist du denn? Ah ja, am Baum. Guck mal, da ist ein Haken. Dort gehen wir jetzt hin und hängen dich auf. Zack. Ja, ja, jetzt habt ihr den dort oben. Dafür habe ich trotzdem schon zwei Haken. Er ist noch aus. Immer noch aus. So, sagen wir es mal so. Echt jetzt? Ist aber schön. So, Vittorio, ich würde gerne... Dich nehmen, weil du bist doch schön in meine Dinger reingerannt. Und ich muss nämlich noch welche füßen lassen. Und ab geht's. So, die Eda kommt von dort hinten angerannt. Also gehe ich davon aus, dass die auch dort hinten ist. Dann würde ich jetzt mal der Eda folgen. Ja, ja, ich bin hier. Ja, ja, ich bin hier. Ach, doch bitte. Nee. Haken? Killerhütte. Etje, betje. Da ist ein Haken. So. Dann halte ich schon jeden einmal am Haken. Das ist okay. Das ging recht zügig. Das ging recht zügig. Hm. Ah ja. Sehr schön. Sehr schön. Oh, hier ist kein Keller. Schade. Aber die Eda war auch hier. Okay, ich nehme auf dich. Wer? Wo? Wie? Ich bin vor Gott. Ah, Gott. Unten? Okay. Sehr schön. Und weg. Wie ist das? Hi Ada! Komm hier! Ab gehts! Ich wollte doch gar nicht an den Haken. Hier hat keiner Lust mehr. Aber ich sollte meine Tagesaufgabe jetzt endlich mal fertig haben. Wo seid ihr denn hingerannt? So, der, der und der. Ich setze hier einfach mal ein bisschen was. Man weiß ja manchmal nicht, wo sie hinwollen. Die Guten. Hm? Oh! Ich hab sie doch gerade gesehen. Kann der die wechseln? Okay. Das ist okay. Zein ist aber gut hier. Ähm. Sehr net墓at. Guck mal, da ist der Haken. Ich weiß, meine Gens, aber... Alles klar. Der hat doch gerade eben den Jen hier gemacht. Wie kann denn der jetzt schon wieder weg sein? Na gut. Ach, wisst ihr? Die werden alle jetzt Last Hook. Von daher. Jetzt hab ich schon gesehen. Kleine Dreckschläuber. Ja, ja, Gegner. Den will ich jetzt nur aufhängen. Der ist nämlich tot. Das war nicht das Tor. Obwohl ich hier vor uns auch jemanden gesehen hab. Na gut. Hey, ich hab die Aufgabe auch fertig. Cool. Mit 10 Haken beende ich die Runde? Los, husch, Eda. Raus mit dir. Ja, ja. Warum? Sie wäre genau... Nein, nein. Ich diskutiere nicht mehr darüber. Es ist mir egal. Sie war ja genauso Last Hook. Und sie habe ich mit meinem... Ritus erwischt. Wirklich? Aha. Ich wollte schon sagen. Sehr schön, siehste. Genau das meine ich. Die Tagesaufgabe nebenbei mit abgearbeitet. Und die Aufgabe abgearbeitet. Ich bin völlig zufrieden. Thanks, Vittorio. So. GG. Es tut mir leid für die, die draufgegangen sind. Aber... Ich fand die Runde jetzt echt gut. Und... Wirklich... Ja. Ich war zufrieden. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich auf die nächste Runde. Dead by Daylight. Killerline. Es macht mir wieder Spaß. Man merkt's. Bis dahin. Ciao.